herzlich willkommen euren freunde zu einem neuen part obsidian die ich bin gerade kläglich gescheitert kläglich aber wir probieren es noch mal auf diesen schwierigkeitsgrad deswegen nehme ich diesen part jetzt noch mal auf nur für euch war morgen erst mal update kommt nur für euch ich hoffe wir schaffen es bis zum endboss ich hoffe es dann habe ich gerade aufgenommen ich glaube schon so 40 minuten das war schon ein kleiner rückschlag für mich das möchte ich erwähnen leute möchte ich einfach erwähnen was ich hier für euch leisten leute ich hier wieder für euch leisten weil haben wir irgendwie nur 20 ja ich hatte vorhin 200 ja und dann habe ich nur ein bogen bekommen und bei dem hatte ich dann nur noch 20 weil da dachte ich dann wow toll 30 und falls ihr irgendwie so hart knacksen oder sowas hört das ist der wind von draußen irgendwie knackst ihr alles ist doch mir das ist ja noch ein ding so so super dann haben wir uns mal hier sicherheitshalber bin ja schon oft genug gestorben ich meine ich bin ganz gut durchgekommen die ersten paar male aber hier zum beispiel da wurde ich direkt überrascht von diesen piechern überrascht von diesen piechern so weg mit dir okay das lief auf jeden fall schon mal besser als vorher viel besser weil ich bin zwar nicht gestorben aber letztes mal fast da gestorben weil irgendwie alle auf mich direkt drauf waren waren ähm du 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 kommt her oh Apfel ist auch gut so weg mit dir du Axtmörder hier wo Cığı und dir Axtmörder ist auch sehr gut sehr gut tatsächlich ich glaube das ich glaube das würde ich mir erstmal aufbewahren oh Walsch warte ich muss mal hier raus ok wenn ich da jetzt runterspringen dann habe ich schon wieder hier 10.000 leute das ist halt nervig ich schieße halt alle mit dem bogen das ist meine nummer x weg mit euch meine es sind nur diese bogenküten und den magier guck mal es sind einfach überall welche hätte ich da jetzt machen können ich weiß es halt nicht jungs 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 chillt mal eure base bitte so warte ist es ok wenn ich jetzt so weiter gehe ja ne glaub schon hehehe ne armbrust ok irgendwie weiß auch nicht aber greifen mich nicht alle an hallo ich wollte das fleisch essen das ist ja hier wieder ja 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 koch noch blühe ach sehr gut das ist schon wieder so ein Pfeil heim die gehen ja hier im Spiel am meisten auf den Piss so hier warte ich jetzt erstmal bis ich mich nochmal voll heim kann weil da drüben sind glaube ich 10.000 oder sowas richtig nervig wirklich ich kann schonmal hier die Rakete ausrüsten da hinten sieht man es auch schon ne hier hinten auf mich warten komm fäng hihihihi das war gut das war echt gut war echt gut gemacht so jetzt müssen wir aber hier nochmal warten 10 Stunden lang Seele schnapp ich mir nicht hahaha das dauert bestimmt noch so hier warten wir mal ganz kurz die sind schonmal weg nur noch die anderen da hier sind das noch 2 ok 2 oh 3 die müsste ich eigentlich schaffen tue ich auch ok hier kommt jetzt der erste kleine Mini Raum so so oh Maria ok ich geh runter weiter Magier geh mal weg danke beide sehr schön schade oh gib mir beide schade schade ach er war verwirrt ok er soll bevor wir weiter gehen heile ich mich erstmal wieder oh oh man 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 der Dungeon ist echt hart jetzt kommt glaub ich ne Redstone Golem das war auch so ne Nummer für sich ah ne doch nicht ah ich warte mal hier entzünde die Löcher oh ops da ok jetzt geht meine weg ich hoffe ich hoffe ich komme diesmal überhaupt zum boss sonst muss ich leider die schwierigkeit etwas unterstellen jetzt sind das viele da schon wieder so noch ein großer Magier hier am Werk so den Magier hätten wir aber oh Pfeile sehr gut oh 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 das sieht gut aus das ist besser ich muss mal ganz kurz nachgucken 1 2 1 2 Bewegungsgeschwindigkeits Aura ok der gibt mir Schutz noch extra oh der hat auch Schutz verwerten wenn alle Artefakte aktiviert auch Heilung das wäre ganz schön cool auf jeden Fall Schutz holen wir und dann finales Gebäude wahrscheinlich genau ach das ist glaube ich kein Artefakt oder ich weiß es nicht der Heilungsfang keine Ahnung aber mach ihn weg danke da bin ich grad ich bin eh nicht raus ich bin eh nicht raus da war ich gerade kurz im panik leute wieder bitte ich hab angst oh ja ja komm heilung muss ich den golem machen weiß es nicht ich meine wir können gerne mal schauen ob ich den überhaupt machen muss oder ob ich einfach weiter gehen kann ich kann einfach weiter gehen auch sehr gut sehr gut dann habe ich mir ein bisschen zeit gespart weil das dauert echt lange ohne feide zu verwenden und magier ist hier oh nein ist der magier ja 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 bitte weg 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 mit dem robot ich muss mich mal eben heilen oh mein gott ich hasse diesen magier den golem hätte ich einfach umgehen können aber der magier ist echt nervig echt nervig der ist eigentlich unser neuer verdammt das verdammten armbrust habe ich bekommen da konnte ich noch nicht alles verzaubern weil ich habe nicht genug dinge aber ich habe jetzt nochmal unendlichkeit drauf das ist auch ganz praktisch und guck mal wie sie da oben schon warten auf mich naja ich geh wieder rein oh ich wollte nicht rausgehen oh ich wollte nicht rausgehen so jetzt aber ich habe ihn ich habe ihn und es hat mir fast nichts gebracht Leute es hat mir wirklich nichts gebracht das ist sehr traurig wir heilen uns lieber nochmal wir heilen uns lieber nochmal und mach L danke so dann wollen wir mal hier und da haben wir noch den Vieh so Edgar Shen was hast du denn heute schönes für uns eine Skelettrüstung ja gut die brauche ich nicht trotzdem vielen vielen Dank so machen wir mal eben so hier weg mit dir danke sehr schön ja das 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 ja sehr gut es läuft wie am schnürchen glaube ich bin ich vorhin gestorben ich weiß ich glaube gar nicht ob ich schon einmal gestorben bin sehen wir dann wohl gleich ich weiß auch nicht warum aber irgendwer saugt mich da an aber muss man hier raus danke ich mach mal hier lieber das das sind nämlich die meisten nämlich weg und weg mit dir super ich heile mich mal lieber ich heile mich mal lieber und ich gebe ja hier um meinen Auge jubb beziehungsweise nicht mein Auge sondern mein oberes Stück Nase Ich würde noch eben ganz gerne warten hier auf Heilung. So. Sehr schön. Müssen wir es gleich auch geschafft haben. Ja, haben wir. Ach, nochmal Pfeile. Super. 100 Pfeile haben wir. Bis jetzt. Nicht in Ordnung. Könnte mehr sein. So, da müsste jetzt gleich nochmal ein Golem sein. Eigentlich. Aber irgendwie sind jetzt die Leute. Macht nichts. Oh, ne. Ist, glaube ich, doch woanders hier. Ist doch ein... Ist doch anders. Level-Ausstieg. Nice. Kuck mal. Leute, greif mich einfach an. Ist mir jetzt voll geil hier. Oh, oh, du... Du aber nicht hier. Opa. So was, ich gehe erstmal die da oben wegklatschen. Okay. Da unten... Da unten gehe ich auf jeden Fall nicht entlang. Ist mir zu viele. Äh, wir können mal eben hier enchanten. So, Unendlichkeit 2. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ach, hier ist er jetzt so ein Golem. Okay. Äh, ich laufe einfach mal weiter. So, sehr gut. Äh, ich gehe nochmal weg. Und warte, bis ich geheilt bin. So. Oh mein Gott. Warte... Oh Gott. Warte nochmal, bis ich geheilt bin, Leute. Hilfe, ey. Also, die sind so stark hier alle. Ist echt kein Zuckerschneckchen. So. Komm, mach mal jene. Trank. Eine Vorspultaste wäre auch noch ganz cool. Äh, äh. Ey. So. So, das geht doch schon mal besser. Wesentlich besser. Pfeile. Pfeile sind super. Sehr gut. Oh, ich mach mal hier ein bisschen Abstand noch. Sehr schön. Ich warte, glaube ich, trotzdem nochmal lieber auf den Trank. Denn ich werde jetzt hier kein, kein unnötiges Leben hier verlieren. Ich kann uns ja schon mal so langsam nach vorne tasten. Oh. Kompletti dann, Jebi. Okay. Oh Gott. Da kommt ja noch einer. Zip, weg. Sicher ist sicher, Leute. So. In einem unbekannten Land. Ich meine, ich hätte noch ein Leben. So. Perfekt. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich warte mal eben, bis ich nochmal einen Trank habe. Ne? Damit ich hier... Oh Gott. Ich hätte hier nicht in die Mitte reinspringen sollen. Das war ein großer Fehler. Na, weg mir da raus. Super. Du kannst auch noch weg. Danke. 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 Oh Leute, ich muss mich mal ganz ganz kurz hier zurückziehen. So, Rakete ist aktiviert. L, 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 ich brauche mein L, ich brauche mein L, da ist es, sehr gut. So, und dann geht ihr erstmal hier, oh Gott, da oben ist er noch so ein Viech. Okay, okay, ich muss mal hier ganz ganz kurz weg und bisschen Fleisch essen, bevor ich dich danach fertig mache. So, wir gehen wieder hoch. Was ist das eigentlich hier? Ach, die ist mir aber zu lahmarschig, glaube ich. Ist mir, glaube ich, echt zu lahmarschig. Oh Gott, wir sind beim Boss Leute, wir sind beim Boss. Halleluja ey, Halleluja. 120 Pfeile haben wir. 120 Pfeile. Ich weiß halt nicht, ne? Die ist irgendwie blöd, finde ich, glaube ich. Für mich ist die, glaube ich, blöd. Ich könnte sie nochmal ausprobieren. Aber die schlägt so unfassbar langsam, da ist mir die Klebe viel, viel lieber. So, okay. Ich bin bereit für den Erz-Illiger, Leute. Ich bin bereit. So. Mach schonmal hier so. Hui, da kommt der. Da kommt die Kleine. Krass. So. Hui. Oh, okay. Oh Gott. Ich bin ja auch. Ich bin nicht grad der Schleuch. Zack. Oh Gott. Was ist das denn da? Also früher hat er das nicht gemacht, Leute. Früher hat er viel, viel schneller Leben verloren. Das ist jetzt gar nicht. Cool. Mann. Okay. 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 Ich muss nicht gehen. Okay. Er ist tot. Er ist tot. Hä? Er ist jetzt tot. Oh mein Gott. Scheiße. Ich fang nicht mal tot, oder? Oh Gott. Ich geh runter. Oh. Ich heil mich mal eben. Hier war es der Trick, dass man einfach mal runter springen konnte. Wenn's grad gefährlich ist. Oh. Und dann kann man sich schnell heilen. So. Das wird jetzt auch unsere Vorgehensweise werden. Denn anders ist dieser Boss vielleicht zu schaffen, aber das übersteigt meine Fähigkeiten, Leute. Total. Oh. Hui. Ich hatte noch ein Dings. Boah. Aber ich war richtig gut gefahren, ne? Okay. 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 Ich muss runterspringen. Ich muss runterspringen. Und noch mal heilen. Puh. Puh. Aber wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Nice. Super. Super duper. Da. So. Guck mal. Ich hab ihn noch nicht gleich. Kapp ihn. Kapp ihn doch. Ja. Ich hab ihn doch. Ich hab ihn doch. Okay. Ich hab bisschen eins. Was ist jetzt passiert? Oh, oh, wir haben Blitzschlaut bekommen, den besseren. 1,70 bis 1,5, 3,6, 1,5, 3,6, 1,5, 7,4. Der ist selten und der ist auch selten. Hä? 1,4, 5? Wieso ist der dann trotzdem besser? Also das ist ja hier wieder ein Witz. So. So. Ähm, Rüstung ist schlechter auf jeden Fall. Heil mich mal eben. Hallo Erz-Editor. Ja, cool. Dann hätten wir den Abenteuer-Modus auch schon geschafft. Aber als erstes kommt erstmal das DLC und danach werden wir noch den schwierigen Modus machen, vor dem ich jetzt schon Angst habe. Vor dem ich jetzt wirklich schon Angst habe. So, das Ende aller Tage. Die Gegner sind ultra widerstandsfähig und ultra stark zahlreiche Gegner mit starken Verzauberungen. Die Belohnungen sind ultra krass. Noch mehr Ausrüstung und Artefakte verfügbar. Super. Super, kann ich mal ganz kurz hier gucken? Ne, du nicht. Warte, wenn ich jetzt X drücke. Ende aller Tage. Bis 97. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Wir kaufen uns für eins. Oder zwei. Und dann würde ich sagen, das war es mit dem Part. Wir haben es geschafft. Wir haben den Erzwilliger wieder besiegt. Äh, auf welchem Level ist das dann hier? Auf 47 wäre das dann. Oh Gott, ey, Leute. Das ist aber... Heftig. Okay, bis dann. Euer Kamito. Haut rein und ciao. Dumpen. Dumpen.